Okay, hallo, wir machen weiter mit meiner Vorlesung über Morphologie und Lexikologie, vor allem Morphologie. Heute geht es einfach nochmal um die Definition des Begriffs Morphologie und um ein paar andere Grundbegriffe. Ja, einmal ganz kurz der Überblick, wie immer. Bei der Morphologie reden wir über zwei Teilgebiete, nämlich Flexion und Wortbildung. Und wir werden beides als Formveränderungen beschreiben, also die Wörter verändern ihre Form und damit ändern sich auch Merkmale von diesen Wörtern, beziehungsweise es verändern sich Werte von Merkmalen. Oder ganze Merkmalsausstattungen. Sie sehen dann, was das bedeutet. Wir werden das auch ein bisschen aufhängen an dem Morph. Das ist einfach nur ein Terminus für Wortbestandteil letzten Endes und den Funktionen. Und wir werden bei den Morphen unterteilen in lexikalische Morphe, also Stämme, und Morphe ohne lexikalische Funktion. Und bei den Merkmalen müssen wir trennen in statische und volatile, also veränderliche und nicht veränderliche Merkmale, um Wortbildung und Flexion voneinander zu trennen. Das Ganze passiert anhand von Merkmalen. Das heißt, es geht um Formveränderungen und ganz zentral um den Merkmalsbegriff. Am Schluss werden wir ein bisschen reden über Syntax, weil ich der Ansicht bin, dass man ein bisschen Syntax braucht, um in der Morphologie nicht überhaupt weiterzukommen, aber einfacher weiterzukommen. Wir werden ein bisschen Phrasenbestimmung machen. Das entspricht so ungefähr der Satzgliedanalyse aus der Schule. Und Phrasen, das werden wir sehen haben, Köpfe. Das ist ein syntaktischer Begriff, der dann aber eben auch in der Morphologie durchaus nicht unwichtig ist. Der Begriff Stamm ist bereits gefallen. Wir werden jetzt Stämme von den sogenannten Affixen trennen. Affixe sind die Wortbestandteile, die Morphe ohne lexikalische Funktion. Aber um uns dem zu nähern, fangen wir erstmal an, überhaupt uns Form und Funktion in Relation zueinander anzuschauen. Und jetzt erstmal im Bereich der Flexion. Wir sehen hier einen Satz. Wenn wir diesen Satz umstellen, der Dekan begrüßte den Präsidenten äußerst respektlos, dann bedeuten diese Sätze dasselbe. Die sind vielleicht nicht völlig identisch in ihrer Verwendungsweise. Deswegen haben wir diese Umstellmöglichkeit wahrscheinlich. Aber sie bedeuten dasselbe. Wenn wir das jetzt mit einem Femininum machen, die Präsidentin begrüßte die Dekanin äußerst respektlos, und wir stellen um, die Dekanin begrüßte die Präsidentin äußerst respektlos, dann stellen wir fest, dass diese Sätze mit einer sehr starken Tendenz etwas Unterschiedliches bedeuten. Denn hier ist die Präsidentin der Nominativ, und damit das Subjekt, und hier die Dekanin. Das zwingt uns hier die Reihenfolge sozusagen auf. Woran liegt das? Naja, das liegt daran, dass beim Femininum der Kasus, Nominativ, Akkusativ zumindest, nicht unterschieden werden kann. Im Singular, beim Femininum, können wir diese Unterscheidung nicht machen, egal was wir tun. Und dann greift plötzlich die Reihenfolge und hilft uns, den Kasus zu identifizieren. Dann identifizieren wir aber eben das, was vorne steht, als Subjekt, also als Nominativ. Und da sehen wir, wie die Form und die Funktion zusammenhängen. Hier, das Maskulinum hat funktionale Möglichkeiten, die beim Femininum zumindest stark eingeschränkt sind. Und das liegt daran, dass die Formen differenziert werden. Also Form, Veränderung lexikalischer Wörter schränken ihre möglichen grammatischen Funktionen und Relationen im Satz ein. Das heißt, wenn ich den Präsidenten habe, kann ich das nicht mehr als Subjekt interpretieren, weil es eindeutig ein Akkusativ ist. Die Flexion beim Femininum zwingt uns das nicht in gleichem Maß auf. Das kann ein Nominativ oder ein Akkusativ sein und dann entscheidet am Ende mit einer sehr starken Tendenz die Reihenfolge. Das heißt, das Ganze hat auch semantische und eventuell systemexterne Folgen. Über systemexterne Funktionen reden wir in diesem Seminar praktisch gar nicht, vielleicht in der Syntax ein bisschen. Das war jetzt ein Beispiel für Form und Funktion in der Flexion. Jetzt habe ich eben schon gesagt, es gibt zwei große Bereiche in der Morphologie, die Flexion und die Wortbildung. Wie ist das in der Wortbildung? Da haben wir solche Dinge wie grünlich, rötlich, gelblich. Das sind Wortbildungsprodukte. oder Neuigkeit, Blödheit, Taucher, Hebung. Jeweils das Blau markierte hier. Das ist sozusagen das, was durch die Wortbildung sich an der Form verändert. Das ist das, was hinzukommt letzten Endes. Und wir haben Fensterrahmen, Tücherspender, Glaskorken, Unterschrank. Da verbinden sich zwei Wörter zu einem Wort, das sogenannte Kompositum. Diese Formveränderungen sind etwas anders als die, die wir eben in der Flexion gesehen haben. Denn was hier passiert ist, dass neue, neue lexikalische Wörter, sogenannte Lexeme, entstehen. Und diese Formveränderungen, die wir hier sehen, die führen also wirklich zu, ja, zu echten Bedeutungsveränderungen und kategorialen Veränderungen. Was heißt das? Die Wortklasse ändert sich zum Beispiel. Die Wortart, ja, Neu ist ein Adjektiv, Neuigkeit ist ein Substantiv. Das ist einfach damit gemeint. Das heißt, Sie sehen, hier passiert was ganz anderes. Hier wird nicht einfach wie beim Kasus eine syntaktische Funktion zum Beispiel eindeutig oder weniger eindeutig angezeigt, sondern hier entstehen neue Wörter. Die Wörter grün und grünlich könnten ja zum Beispiel unabhängig voneinander in einem Wörterbuch stehen. Der Präsident und den Präsidenten würde man niemals getrennt voneinander in ein Wörterbuch schreiben. Und das führt uns jetzt zu dem Begriff der Markierungsfunktion von diesen Wortbestandteilen, die wir da eben gesehen haben. Und das gucken wir uns jetzt wieder erstmal mit Beispielen an. Wir haben hier der Berg, den Berg und so weiter, der Mensch, den Menschen und so weiter. Das sind einfach Kasusformen und dann hier e und f jeweils numerus markierte Formen. Also die sind dann plural und gegebenenfalls auch noch in einem bestimmten Kasus. Was will ich damit zeigen? Also wir haben auf jeden Fall hier oben den Bestandteil Berg. Und zwar nur den Bestandteil Berg im Nominativ, Akkusativ, Dativ, Singular. Das sehen wir, dass das Nominativ, Akkusativ, Dativ, Singular sind hier an dem Artikel, den ich extra zur Verdeutlichung dann dazu geschrieben habe. Hier im Genitiv, Singular haben wir zwar auch diesen Bestandteil Berg und dann kommt es hinzu. Und im Plural haben wir auch wieder diesen Bestandteil Berg und es kommt generell ein e hinzu. Das passiert in allen Pluralformen dieses Wortes, dieses Substantivs. Beim Menschen ist das hier ein bisschen anders. Wir haben den Bestandteil Mensch im Nominativ, Singular. Und naja, in allen anderen Formen, also Akkusativ, Dativ, Singular und in diesen Pluralformen und natürlich im Genitiv, Singular, Entschuldigung, kommt immer en hinzu. Was sagt uns das? Das sagt uns zum Beispiel, dass dieses es tatsächlich den Genitiv, Singular markiert. Ja, dieses en wahrscheinlich aber nicht, denn wir finden das ja auch in allen Formen. Das heißt, was signalisieren uns eigentlich diese Endungen, diese Affixe, wie wir nachher sehen werden? Was signalisieren die uns bezüglich der Funktion dieser Wörter? Und wir schauen uns das nochmal beim Verb an. Ich habe hier, ich kaufe, du kaufst und so weiter. Und da sehen wir, es gibt den Bestandteil Kauf und in der ersten Singular, Präsenzindikativ, haben wir ein E beziehungsweise in der Aussprache, ein sogenanntes Schwa. In der zweiten Person Singular, Präsenzindikativ, haben wir kaufst, da kommt statt des oder Es ein ST hinten dran und dann haben wir im Plural hier kaufen, wir kaufen, sie kaufen und so weiter. Das heißt, auch hier haben wir bestimmte Wortbestandteile, die die Funktion deutlich einschränken. Also, die Form kaufst, kann nur die zweite Singular sein. Und zwar eigentlich nur die zweite Singular, Präsenzindikativ. Hier im Plural ist das dann schon nicht ganz so eindeutig mehr. Da haben wir dieses n hinten dran und das kann eben anzeigen, erste oder dritte Person, Präsenzindikativ. Was ist jetzt also mit Morphen und Markierungsfunktionen gemeint? Wir haben gesehen, es gibt Formveränderungen, die oft nicht eine ganz spezifische Funktion haben. Denken Sie an Menschen. Das kann im Grunde alle Formen außer Nominativ-Singular bezeichnen. Das heißt, es gibt nicht eine spezifische Funktion. Aber es werden die möglichen Funktionen dieses Wortes eingeschränkt. Sehen Sie, Menschen kann nicht ein Nominativ-Singular sein. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Einschränkung. Die Markierungsfunktion ist jetzt letztlich genau das. Das ist eine Einschränkung der möglichen Merkmale Merkmale oder Werte einer Wortform. Also als Beispiel bei den schwachen Maskuliner wie Mensch, eben dieses EN zeigt an, dass die Form nicht Nominativ-Singular sein kann. Das ist die Funktion in dem Fall von diesem Morph. bei den Verben im Präsenz zeigt an, dass es Plural ist und nicht zweite Person. Ja, man könnte auch sagen, nicht adressatbezogen, also nicht zweite Person. Morphe sind jetzt alle unterscheidbaren Teile von Wörtern, Bestandteile von Wörtern mit irgendeiner Markierungsfunktion. Das heißt, irgendwelche Bestandteile, die einschränken, welche Funktion oder Bedeutung das Wort haben kann. Also Stämme und Affixe. Was sind jetzt Stämme? Schauen wir uns das mal an. Wieder die Beispiele mit Kaufen. Wir hatten Ich kaufe und so weiter. Wir können jetzt schauen, was im Präteritum passiert. Da kommt hier dann Ich kaufte, Du kauftest, Ihr kauftet. Das Präteritum ist die einfache Vergangenheit. Die wird in der Schule manchmal anders genannt. Wir nennen die Präteritum. Ich habe gekauft und so weiter. Das sind Perfektformen. Und wir haben hier überall das Element Kauf. Hier oben Ich kaufe, Du kaufst und so weiter. Ich kaufte, Du kauftest. Überall Kauf. Und dann hier unten auch wieder Kauf. Da hängen dann bestimmte Endungen hinten dran und die markieren, ob es sich um Präsenz, Präteritum oder vielleicht ein Partizip dann bei den Perfekta handelt. Aber da ist überall das Element Kauf drin. Und das soll der Stamm sein. Also bei diesem Verb ist das tatsächlich hier der Stamm. Das heißt, hier könnte man jetzt vermuten, der Stamm ist der Bestandteil bei einem Wort, der sich in allen Formen nicht verändert. Das funktioniert nicht ganz so. Das sehen wir jetzt hier. Ich nehme, Du nimmst, RCS nimmt, Ihr nehmt und so weiter. Ich nahm, Du namst und so weiter. Ich habe genommen und so weiter. Da haben wir hier die mögliche Form nehmen, dann nimm, hier kommt dann Namen und wie Sie sehen hier unten nom. Und das sind die Formen, das Verbs nehmen. Wir können hier aber nicht sagen, die hier jetzt farblich markierten Teile sind der Stamm, weil es der nicht veränderliche Bestandteil ist, denn es verändert sich. Wir haben hier vier verschiedene Formen. Nehm, nimm, nam, nom. Das heißt, wenn das jetzt der Stamm oder die Stämme sein sollen, dann können wir nicht sagen, das ist das, was sich nicht verändert. Der Stamm kann nicht der unveränderliche Wortbestandteil eines lexikalischen Wortes in so einem Formenparadigma sein. Aber an nehm, nehm, nam, nom erkennen wir die Bedeutung. Daran erkennen wir, dass das Ganze zu dem Verb nehmen gehört. Das ist hier die Markierungsfunktion des Stammes. Das heißt, der Stamm ist das Element im Wort, was die lexikalische Markierungsfunktion hat. Das heißt, die Bedeutung trägt, wenn man es ganz einfach sagen will. Es schränkt die Bedeutung ein. Diese Formen können alles Mögliche sein, aber eben am Ende des Tages nur Formen von Nehmen. So, damit haben wir den Stamm. Wie ist das jetzt mit den Affixen? Schauen wir uns wieder die Beispiele an. Ich nehme des Berges Schönheit und Ding und so weiter. Da haben wir hier oben ein, das kennen wir ja schon, erste Person, Singular, Präsenzindikativ, des Berges, da haben wir es, das markiert den Genitiv Singular, alles sehr eindeutig in diesen beiden Fällen. Und dann haben wir hier ein bisschen was anderes, heid und un, das sind Wortbildungsaffixe, das heißt, das sind, in der Schule spricht man von Vor- und Nachsilben, das ist ein ganz unglückliches Wort, da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und was wir sehen ist, dass alle diese Elemente, die hier vorkommen, keine lexikalische Markierungsfunktion haben. Wir erkennen, worum es geht, also die Bedeutung des Wortes an den Stämmen, Nehmen, Berg, Schön und Ding. Naja, und diese Elemente, die haben keine eigene Bedeutung. Äs, Heid und Un bedeuten nichts. Sie sind auch alleine, das haben sie jetzt schon an dieser Aufzählung gerade gemerkt, nicht wortfähig. Das heißt, sie müssen immer mit einem Stamm auftreten. Und das ist dann auch schon die Definition von Affixen. Zu diesen unterschiedlichen Trennzeichen hier, Bindestrich und Doppelpunkt kommen wir nochmal zurück. Auf jeden Fall sind die Affixe die nicht wortfähigen Morphe in einem Wort ohne lexikalische Markierungsfunktion. Was wir jetzt noch tun müssen, ist sauber zu trennen zwischen Flexion und Wortbildung. Wir haben das gerade schon so intuitiv nebenher getan. Das ist auch ganz gut so, weil eigentlich wissen sie schon, was der Unterschied ist. Wir müssen ihn nur noch genau fassen. Und dazu werden wir uns anschauen, was wir unter Merkmalen verstehen. Und zwar unter statischen und volatilen Merkmalen. Kleiner Witz für alle, die mal Java programmiert haben. Wir können von Eigenschaften von Dingen sprechen. zum Beispiel wir können sagen, Erdbeeren oder eine konkrete Erdbeere hat die Eigenschaft des Rotseins. Oder der Eiffelturm hat die Eigenschaft 325 Meter hoch zu sein und so weiter. Wir können aber auch statt über solche Eigenschaften zu sprechen, das technisch aufdröseln in Merkmale, Farbe, Länge und so weiter und Werte dieser Merkmale. das heißt, wir haben dann eine Situation, wo die Erdbeere das Merkmalfarbe hat mit dem Wert Rot und der Eiffelturm hat auch ein Merkmalfarbe, aber mit dem Wert Grau und so weiter. Wir können das mit Länge tun, dann ist die Erdbeere spezifiziert mit 3 Zentimeter für das Merkmal Länge und der Eiffelturm hat einen anderen Wert, nämlich 325 Meter und das können wir natürlich auch mit Wörtern machen, das heißt, wir können sagen, ein Wort hat jetzt nicht einfach irgendwie Eigenschaften, sondern wir können das sauber trennen in Merkmale und Werte, das heißt, das Merkmal Bedeutung für das Wort Haus, naja, da müssten wir noch mehr zu sagen, ich habe jetzt ja einfach mal Haus klein geschrieben hingeschrieben, da müssten wir natürlich irgendwie eine Repräsentation der Bedeutung eigentlich haben, darum geht es aber in diesem Seminar nicht in dieser Vorlesung. Die Wortklasse oder Wortart können wir als Merkmal mit dem Wert Substantiv spezifizieren, das Merkmal Genus hat den Wert Neutrum, das Merkmal Kasus den Wert Nominativ und das Merkmal Numerus den Wert Singular, bei dem Wort Haus so wie es da steht. Und hier steht ein Gleichheitszeichen, das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal davon aus, dass für unsere Belange diese Merkmale und Werte das Wort vollständig spezifizieren. Eine Form wie Hauses könnten wir jetzt im Grunde genauso angeben, da würde sich auch hier gar nicht viel ändern erstmal, also die Bedeutung ist die gleiche, die Wortklasse oder Wortart bleibt die gleiche, das Genus bleibt gleich, ja, der Kasus ändert sich, also der Wert des Kasus Merkmals ändert sich verglichen mit hier oben von Nominativ zu Genitiv. Der Wert des Numerus Merkmals bleibt gleich. So, das ist eigentlich relativ übersichtlich und Sie sehen schon, hier ändern sich Werte und manche ändern sich nicht. Genauso könnten wir das jetzt mit Häuser machen, dann würde hier unten der Wert des Numerus Merkmals sich ändern. So, das heißt, wir haben hier im Grunde ein lexikalisches Wort vor uns, Haus, in verschiedenen Formen. Das heißt, wie ich eben schon sagte, Sie würden ja jetzt in einem Lexikon nicht erwarten, dass diese Formen einzelne Lämmerta bekommen, sondern die gehören alle zu dem einen Lämmer, zu dem einen lexikalischen Wort Haus. Die statischen Merkmale sind bei einem solchen Wort stabil, die ändern einfach ihre Werte nicht. Die Bedeutung von Haus in allen Formen ist immer die Bedeutung von Haus, die Wortklasse bleibt immer Substantiv, das Genus bleibt immer Neutrum. Die volatilen Merkmale, das sind die, die sich im syntaktischen Kontext oder eben durch so einen Effekt wie Einzahl Mehrzahl die ihre Werte verändern. Das haben wir ja hier gesehen, bald Nominativ, bald Genitiv, bald Singular, bald Plural. Und damit kommen wir dann zu der Unterscheidung von Wortbildung und Flexion. Denn, was wir zum Beispiel hier illustriert sehen, ist ein Adjektiv wie Trocken, wenn ich es mit Heid kombiniere, wird da ein Substantiv draus. sehen wir sofort, Kauf als Substantiv und Rausch als Substantiv verbinden sich zu Kauf, Rausch, das ist jetzt wieder ein Substantiv, was hat sich da eigentlich geändert? Schauen wir gleich, bei sowas wie Gehen und Begehen, da haben wir auch Vorherren Verb, Hinterherren Verb. Was ändert sich da eigentlich? Hier oben ist das klar, die Wortklasse ändert sich, das heißt, es kann sich nicht um dasselbe lexikalische Wort handeln. Aber im Gegensatz zu diesen Änderungen, die wir jetzt hier oben sehen, steht halt sowas wie Laufen zu ich laufe oder Münze zu Münzen, hinreichend illustriert jetzt. Wortbildung ist jetzt das in 13, nämlich da ändern sich statische Merkmale, die Wortklasse oder die Bedeutung oder beides. In 13a ist es beides, in 13b, naja, da habe ich geschrieben, es wird etwas gelöscht. Was wird da gelöscht? Die Wortklasse von Kauf zum Beispiel und das Genus, wenn wir das als Substantiv interpretieren, die verschwindet in dem Wort Kaufrausch. Die Bedeutung von Kauf geht zwar in die Bedeutung von Kaufrausch ein, aber ansonsten verliert Kauf alle seine grammatischen Merkmale. Da werden wir noch, wenn wir über Komposition reden, ausführlich drüber sprechen, wenn Sie es gerade nicht einsehen, glauben Sie es mir bis in 3-4 Wochen. Das heißt, hier wird im Grunde bei dem sogenannten Erstglied, also Kauf, alles gelöscht, außer seiner Bedeutung, oder eben die Merkmalsausstattung wird komplett umgebaut. Darüber werden wir noch reden. Wenn wir sowas hier haben, das ist ein sogenannter Applikativ wahrscheinlich, gehen, begehen, da ändert sich die sogenannte Valenz, also die Kasusmuster, die mit diesem Verb vorkommen, da gehen wir nochmal drauf ein. Da haben wir also einen Umbau von den Merkmalen dieser Wörter. Und dadurch entstehen eben neue lexikalische Wörter. Das ist ganz plausibel, wenn sich Wortklasse und Bedeutung ändern, alles andere werden wir noch hinreichend erläutern. Bei der Flexion in 14 hingegen ändern sich nur die Werte volatiler Merkmale. Das haben wir eben auf der letzten Folie mit Haus, Hauses, Häuser illustriert. Hier sehen wir das nochmal mit Münze, Münzen und Laufen, Laufe und so. Da ändern sich Werte volatiler Merkmale und zwar oft als Anpassung an einen syntaktischen Kontext. Zum Beispiel der Kasus, das ist das primäre Beispiel. Kasus müssen bei bestimmten Verben in einer bestimmten Form auftreten, deswegen können Substantive oder alle Nomina ihren Kasus verändern. Und damit haben wir eigentlich schon den Morphologie-Teil für heute geschafft. Das heißt, wir haben über Merkmale geredet und wir haben Flexion und Wortbildung voneinander getrennt und wir haben vorher, damit das Ganze auch funktioniert, über Markierungsfunktionen gesprochen. Wenn Sie das alles nochmal durchgehen und verstanden haben, dann sind Sie fit für diesen Teil. Ich hatte angekündigt, dass wir noch ganz kurz über Syntax reden müssen und das müssen wir jetzt tun, weil wir es eigentlich dann auch ab nächster Woche in der Anwendung brauchen. Und in der Syntax reden wir jetzt erstmal nur über sogenannte Konstituenten und dann über eine bestimmte Art von Konstituenten, nämlich Phrasen. Warum? Es gibt keine reine Morphologie. Wir reden immer über die Ebenen der Grammatik. Zum Beispiel Phonologie. Da reden wir darüber, wie Laute miteinander kombiniert werden können oder wie Silben aufgebaut sind, wie die Betonung in Wörtern einer Sprache oder allgemein in allen Sprachen sich verteilt auf die Silben eines Wortes. Betonung auch Akzent genannt, das ist eigentlich der linguistischere Terminus. In der Morphologie geht es erstmal um Kombinatorik von Wortbestandteilen und deren Funktionen. Das haben wir jetzt gerade ausführlich gesehen. In der Syntax geht es dann um eine Kombinatorik von Wörtern, Wortgruppen bis hin zu setzen und wir sehen also diese Ebenen, da geht es eigentlich immer darum, welche Strukturen aufgebaut werden können, entweder im ganz kleinen, im mittleren Bereich oder im ganz großen Bereich Syntax. Die Semantik, da muss man sich dann überlegen, wie die dazugehört, da gibt es solche und solche Meinungen, aber die Semantik beschäftigt sich damit, wie Bedeutungen aus diesen formalen Kombinationen, die Phonologie, Morphologie und Syntax herstellen, abgeleitet werden kann. Und damit ist Semantik dann für meine Begriffe auch durchaus Teil der Grammatik. Jetzt gibt es aber eben Interaktionen zwischen diesen Ebenen und deswegen ist es zwar sinnvoll, die Ebenen zu trennen, aber manchmal muss man eben auch von der einen auf die andere Ebene schauen. Die Lexik ist eine klassische Schnittstelle für mich, die aber durchaus ihre eigenen Standbeine hat. Da geht es um die Klassifikation von Wörtern nach grammatischen Merkmalen und um die Bedeutung. Die klammer ich hier jetzt aus. Für uns interessant ist die Klassifikation von Wörtern nach grammatischen Merkmalen. Da werden wir dann drüber reden, weil wir über Wortklassen reden müssen. Die Morphophonologie ist jetzt eine ganz klassische Schnittstelle zwischen Morphologie und Phonologie. Da geht es um Beschränkungen, die wir in der Morphologie sehen, weil die Phonologie bestimmte Anforderungen stellt, an Wörter zum Beispiel. Affixe können nicht beliebig aussehen im Deutschen, weil die Phonologie bestimmte Vorgaben macht. Die Morphosyntax ist eine Schnittstelle von Morphologie und Syntax, wie der Name schon suggeriert. Da geht es zum Beispiel um Casus Numerus Valens. Das sind alles Phänomene, wo die Morphologie zum Beispiel von der Syntax bestimmte Vorgaben bekommt. Oder umgekehrt. Da muss man sich manchmal überlegen, in welche Richtung das überhaupt geht. Casus wird ein Beispiel sein, über das wir noch reden. Die Valenz, da geht es am Ende der Vorlesung in den letzten zwei, drei Wochen auch nochmal ausführlich darum. Das ist auch ein wunderschönes Beispiel. Naja, und dann haben wir die Syntax-Semantik-Morphologie-Lexik-Schnittstelle, wenn Sie mich fragen, an der solche Phänomene wie Passiv- und Infinitiv-Syntax sich tummeln. Und deswegen reden wir zum Beispiel über Passive auch hier in der Morphologie. Aber in meiner Syntax-Vorlesung geht es durchaus auch um Passiv-Bildungen. Das heißt, wir können die Ebenen zwar an sich trennen, aber es gibt diese Schnittstellen- Phänomene. Und das heißt, wir brauchen jetzt hier ein minimales Wissen über Syntax und das ist im Wesentlichen Schulwissen. Das heißt, es kommt jetzt nichts theoretisch Überladenes, keine Sorge. Denn es geht erstmal nur darum, dass wir sprachliche Einheiten in ihre Bestandteile zerlegen wollen. Wichtig für die Syntax ist die sogenannte Strukturbildung eben genau diese Zerlegung von Einheiten, Sätzen und so weiter in Bestandteile. Aber das gibt es eben nicht nur auf der Satzebene, sondern wie wir jetzt sehen werden, auch auf allen Ebenen darunter. Also wir haben einen Satz, Nadesta reißt die Handel souveräner als andere Gewichtheberinnen. Einen Satz des Deutschen. Den können wir aufteilen in Satzteile. Nadesta reißt die Handel und dann ein Satzteil souveräner als andere Gewichtheberinnen. Wir können dann diese Satzteile weiter unterteilen und kommen bei Wörtern an. Da haben wir im Deutschen die komfortable Situation, dass wir orthografisch Wörter durch Leerzeichen trennen. Nadesta reißt die Handel und so weiter. Dann haben wir jetzt in der ersten Hälfte der Vorlesung gesehen, wir haben Wortbestandteile, also Reis mit dem Affix t. Dann ist vielleicht d der Stamm von dem definiten Artikel mit der Endung i. Da reden wir nochmal drüber. Souverän r als der Komparativ. Das ist jetzt im Grunde das, worüber wir in der reinen Morphologie reden. Und natürlich können wir das in Laute oder Buchstaben weiter unterteilen. Das gehe ich jetzt nicht einzeln durch, buchstabieren können sie. So, das heißt, wir teilen Einheiten in kleinere Einheiten auf und dadurch ergeben sich ja bestimmte Strukturen. Und syntaktische Strukturen haben eben durchaus etwas mit morphologischen Merkmalen zu tun. Schauen wir uns uns am Beispiel an. Das ist genau das Beispiel von vorhin und ich habe hier die Aufteilung in Satzteile und die Aufteilung von Satzteilen in Wörter beziehungsweise erstmal kleinere Satzteile und am Ende Wörter durchgeführt und das so als Baum dargestellt. Da ist jetzt gar keine große Magie dahinter. Das ist einfach nur die Konstituente, wie wir dann nachher sehen werden, souveräner als andere Gewichtheberinnen können wir aufteilen in zwei weitere Konstituenten souveräner und als andere Gewichtheberinnen und das habe ich halt hier so als Baum dargestellt. Mehr ist das nicht. Und da sehen wir jetzt aber sofort die Handel. Da gibt es was morphologisches, was hier relevant ist, nämlich die und Handel, naja, die stimmen überein in Kasus Numerus und so weiter. Andere Gewichtheberinnen, da haben wir letztlich dasselbe, andere und Gewichtheberinnen sind zwar zwei unabhängige Wörter, die, weil sie aber hier zu so einer syntaktischen Gruppe gehören, bestimmte Übereinstimmungen zeigen müssen, nämlich Kasus Numerus. Wir haben hier es zu tun mit Übereinstimmung von Merkmalen in syntaktischen Gruppen, Phrasen, wie wir sie nachher nennen werden, zum Beispiel Akkusativ Femininum Singular bei Die Handel, Nominativ Plural bei Andere Gewichtheberinnen. So einen Fall nennen wir Kongruenz, das heißt, hier haben wir Merkmalübereinstimmungen in Nominalfrasen und Merkmalsübereinstimmungen beziehungsweise Werteübereinstimmungen von Merkmalen in bestimmten syntaktischen Strukturen nennen wir Kongruenz. Und nochmal zur Illustration, wenn wir haben, wir möchten diesen schönen Sportwagen, ja, möchten als transitives Verb, dann sehen wir hier schönen und Sportwagen sind beide Akkusativ Maskulinum Singular, das müssen sie auch sein, denn sonst könnten sie sich nicht so kombinieren, dieses Adjektiv und dieses Substantiv. Außerdem wissen wir, dass das Artikelwort, das ist hier ein Pronomen in Artikelwortfunktion, auch mit dem Substantiv übereinstimmen muss in genau diesen Werten von diesen drei Merkmalen, Akkusativ Maskulinum Singular und daraus folgt, dass natürlich auch diesen und schönen entsprechend übereinstimmen müssen. Das ist ein Kongruenzphänomen in einer bestimmten syntaktischen Struktur. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, das andere große Beispiel im Deutschen, nämlich Subjekt und finites Verb, dann nehmen wir mal den Satz, ich glaube, dass ihr den Wagen anschieben müsst, da wissen sie, das Subjekt, der Nominativ ihr, stimmt mit dem finiten Verb in Person und Numerus überein, also zweite Person, Plural. Ihr müsst, nicht ihr müssen oder wir muss oder sowas, nein, ihr müsst. Und wenn wir ein weiteres Beispiel uns angucken, wo das jetzt ein bisschen anders läuft, nämlich ein Rektionsphänomen, dann haben wir hier jetzt ein Beispiel Präpositionen, die den Kasus von ganzen Nominalfrasen bestimmen, ihn aber selber nicht haben, also Beispiel, wir fahren mit dem neuen Wagen nach Hause. Mit bestimmt den Kasus von Wagen, nämlich Dativ. Nach der Präposition mit muss immer ein bestimmter Kasus kommen und bei mit kann das nur der Dativ sein. Das heißt, Wagen ist ein Dativ, auch wenn wir das dem Wort gar nicht so wirklich ansehen und jetzt aus dem, was wir vorhin gesagt haben, folgt, dass dieses Adjektiv neu denselben Kasus haben muss und außerdem selben Genus und Numus und das gleiche gilt für den Artikel. Das heißt, hier haben wir ein Rektionsphänomen, die Präposition möchte einen bestimmten Kasus sehen von einer Gruppe von Nomina, die danach steht und die müssen übereinstimmen in bestimmten Merkmalen. Und so können wir ganz viel Flexion im deutschen Satz erklären durch genau diese Verhältnisse. Friktion haben wir nicht nur bei Präpositionen, sondern ganz charakteristisch auch bei Verben, die bestimmen auch den Kasus von ganzen Nominalfrasen. Also ich gab dem netten Kollegen den Stift zurück. Gab sagt, ich möchte ein Nominativ, ein Subjekt. Das tun nicht alle Verben. Wenn sie das in der Schule gelernt haben, war das falsch. Aber geben, wie sehr, sehr, sehr viele Verben sagt, ich hätte gerne ein Subjekt und das muss im Nominativ stehen. Das haben wir hier auch ich. Dann sagt es, ich muss einen Dativ haben, dem netten Kollegen und ein Akkusativ, den Stift. Und innerhalb dieser Gruppen stimmt das Kasus Merkmal dann jeweils auch überein. Genauso wie zum Beispiel Numerus. Ich habe jetzt gerade gesagt, geben will unbedingt ein Dativ und Akkusativ, das stimmt nicht ganz. Wir werden aber noch ausführlich über Valenz reden und dann da bestimmte Irrtümer auch richtig stellen. Und um solche Verhältnisse zu erklären, wo offensichtlich Morphologie und Syntax zusammenspielen, müssen wir jetzt ein bisschen Syntax machen. Und zwar Phrasenbestimmung. Konstituenten sind erstmal Bestandteile einer beliebigen Struktur. Beliebige Bestandteile beliebiger Strukturen. Zum Beispiel Satzteile in der Syntax. Satzteile sind Konstituenten Teile von Sätzen. Phrasen sind in der Syntax nun Konstituenten mit ganz bestimmten Eigenschaften. Die Phrasenbestimmung funktioniert dann ähnlich wie ich schon sagte wie Satzgliedanalyse. Und wir haben als Hilfsmittel so bestimmte Tests, die mehr oder weniger gut funktionieren. Das sind nur Hinweise, die diese Tests geben. Es bleiben immer Unsicherheiten, was wir jetzt als eine Phrase behandeln wollen. Und das zeige ich gleich noch. Zum Beispiel hier beim Pronominalisierungstest. Es geht nochmal vorweg bei diesen Tests immer darum rauszufinden, was könnten die syntaktischen Konstituenten sein, die wir vernünftigerweise annehmen wollen. Also zum Beispiel die Phrasen jetzt. Der Test funktioniert so, wir haben so einen Satz wie Mausi isst den leckeren Marmorkuchen und wir wollen wissen, ob den leckeren Marmorkuchen eine Phrase oder eine Konstituente ist. Und wenn sie eine ist, diese potenzielle Konstituente wirklich eine Konstituente ist, dann sollten wir sie durch ein Wort, zum Beispiel ein Pronomen ersetzen können. Mausi isst ihn. Ja, wenn das so ist, sieht so aus, als wäre den leckeren Marmorkuchen eine Konstituente und zwar eine Phrase. Mausi isst den Marmorkuchen, wir können Mausi isst nicht durch ein Wort ersetzen, zumal nicht durch sie, sie den Marmorkuchen, das geht irgendwie nicht, es muss ein Wort sein, das geht nicht, das heißt Mausi isst wäre nach diesem Test keine Phrase. Mausi isst den Marmorkuchen und das Eis mit Multe Beeren, wenn wir versuchen, das hier, diesen ganzen blau markierten Teil durch ein Wort zu ersetzen, das geht auch, Mausi isst sie, nämlich was den Marmorkuchen und das Eis mit Multe Beeren geht. Das heißt, auch diese große Konstruktion hier scheint eine Phrase zu sein, die wiederum eine Phrase beinhaltet, die wir hier oben schon als solche identifiziert haben. Es geht hier um Pronominalausdrücke in einem sehr weiten Sinn, nicht nur um Pronomina. Wenn wir uns jetzt anschauen, ich treffe euch am Montag in der Mensa, können wir Ersetzungen vornehmen, ich treffe euch dann dort. Dann ersetzt am Montag und dort ersetzt in der Mensa. Das heißt, auch am Montag und in der Mensa können wir durch ein Wort ersetzen, hier in dem Fall Adverbiale, Adverben. Und das heißt, auch diese beiden potenziellen Konstituenten scheinen wirklich welche zu sein. ein ganz anderes Beispiel, er liest den Text auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann, er liest den Text so. Demnach wäre auf eine Art, die ich nicht ausstehen kann, eine Phrase. Sagen wir mal eine Phrase, auf jeden Fall eine Konstituente. Das heißt, immer wenn diese Tests gelingen, ich mache diese Austauschung und wenn sie gelingen, ist das, was ich ausgetauscht habe, gemäß dieses Tests zumindest eine Phrase. Jetzt gibt es den Vorfeld oder den allgemeinen Bewegungstest. Wie geht der? Das ist keine Ersetzung direkt, sondern eine Umstellung. Sarah sieht den Kuchen durch das Fenster. Wenn ich durch vor das sogenannte finite Verb, in dem Fall sieht, dann stelle ich es in das sogenannte Vorfeld. Das heißt, das Vorfeld ist die Position im deutschen Satz vor dem finiten Verb. Unabhängiger Aussagesatz müsste man sagen. Das geht hier. Durch das Fenster sieht Sarah den Kuchen. Damit ist durch das Fenster gemäß dieses Tests hier eine Konstituente, eine Phrase und zwar eine ganz besondere Phrase, nämlich ein sogenanntes Satzglied. Er versucht zu essen. Zu essen versucht er. Das geht. Also auch zu essen wäre irgendwie eine Phrase. Gemäß diesem Test. Sarah möchte gerne einen Kuchen backen. Einen Kuchen backen möchte Sarah gerne. Das scheint also mit einen Kuchen backen auch zu gehen. Nach diesem Test wäre das eine Phrase und auch ein sogenanntes Satzglied. Da muss man jetzt schon überlegen, ob man das in der Schule als Satzglied bezeichnen will. Okay. Dieser Test gibt dieses Ergebnis aus. Sarah möchte gerne einen Kuchen backen. Gerne einen möchte Sarah Kuchen backen. Das ist jetzt mal ein Beispiel, ganz plakatives Beispiel dafür, dass das eben mit gerne einen nicht geht. Das heißt, gerne einen kann keine Phrase sein, kann welchen Status. So, das ist der Vorfeldtest. Wir können das Frage allgemeinern zu einem Bewegungstest, denn wir können im deutschen Satz Phrasen relativ frei hin und her bewegen. Die Details machen wir dann in der Syntax-Vorlesung und dem Syntax-Seminar. Gestern hat Elena im Turmspringen eine Medaille gewonnen. Wir können umstellen. Gestern hat im Turmspringen Elena eine Medaille gewonnen. Dadurch, dass wir Elena zwischen diese beiden anderen Einheiten schieben können, wissen wir eigentlich, dass alle drei Phrasen sein müssen. Denn nur Phrasen lassen sich dann so frei gegeneinander bewegen. Gut, das wäre dieser Test. Es gibt einen weiteren, der ist ein bisschen fehleranfällig, der gefällt mir eigentlich aber sehr gut. Das ist der Koordinationstest. Schauen wir uns wieder die Beispiele an. Wir essen einen Kuchen. Wenn wir wissen wollen, ob einen Kuchen eine Phrase isst, müssen wir gemäß diesem Test ein und oder oder dranhängen und dann etwas von der gleichen Art wie einen Kuchen. Nehmen wir mal ein Eis. Das hätte auch ein Tanker sein können oder sowas. Es muss grammatisch von derselben Kategorie sein, nicht semantisch. Das scheint hier zu stimmen und damit sagen wir nicht nur, einen Kuchen eine Konstituente und eine Phrase ist, sondern auch ein Eis und die ganze Struktur ebenfalls. Das heißt, dieser Test liefert uns eigentlich noch viel mehr als einige dieser anderen Tests. Wir essen einen Kuchen und lesen ein Buch. Funktioniert auch. Also gemäß diesem Test sind Essen einen Kuchen Lesen ein Buch sowie das Ganze Essen einen Kuchen und Lesen ein Buch eine Konstituente vielleicht eine Phrase. Sarah hat versucht einen Kuchen zu backen und heimlich das Eis aufzuessen das geht jetzt immer so weiter. Wir sehen dass die Sonne scheint und Mausi den Rasen mäht und so weiter und so weiter das müssten jetzt alles Phrasen sein. Es gibt Probleme mit diesen Tests generell jetzt hier möchte ich mal eins illustrieren der Kellner notiert dass meine Kollegin einen Salat möchte. Wir können folgendes machen der Kellner notiert dass meine Kollegin einen Salat und mein Kollege einen Sojaburger möchte. Das ist etwas schwierig weil meine Kollegin einen Salat im Grunde kein Syntaktiker als Phrase behandeln möchte. Der Test sagt uns das ist eine Phrase. Da kann man sich heraus reden mit Ellipse aber das ist ein Problem dieses Tests. Ich habe vorhin gesagt diese Tests geben uns nur Hinweise aber eigentlich ziemlich gute Hinweise in den meisten Fällen was eine Phrase sein könnte beziehungsweise was wir sinnvollerweise als eine Phrase annehmen. Ich habe vorhin gesagt Phrasen sind syntaktische Konstituenten mit bestimmten Eigenschaften und eine wichtige oder vielleicht sogar die wichtigste Eigenschaft ist dass eine Phrase einen Kopf hat. Was heißt das? Der Kopf ist das Wort in der Phrase das allein über alle relevanten grammatischen Eigenschaften der Phrase bestimmt und dadurch auch eigentlich nicht weggelassen werden kann. Und Phrasen benennt man daher nach der Wortklasse nach der Wortart ihres Kopfs. Also Nominalfrasen sogenannte NPs haben Nominal als Köpfe meistens Substantive aber nicht immer der schöne Baum vor dem Fenster da wäre Baum der Kopf denn Baum bestimmt wie wir sehen werden alle grammatischen Eigenschaften der gesamten Phrase Ich kenne keinerlei Blumen die jetzt schon blühen würden das hier ist eine Nominalfrase das Substantiv Blumen ist der Kopf das gleiche können wir jetzt mit Adjektiv Phrasen machen Fenster überaus schöne ist die Adjektiv Phrase der überaus schöne und störende Baum vor dem Fenster da sehen Sie wir haben Koordinierung gemacht das heißt es wird wohl eine Phrase sein Sie sehen die Bewegungsfähigkeit von überaus schöne ist stark eingeschränkt schade eigentlich die Kollegin ist stolz auf ihre Tochter stolz auf ihre Tochter wäre eine Adjektiv Phrase mit dem Adjektiv Stolz als Kopf und so weiter mit Präpositional Phrasen können wir das auch machen die haben Präpositionen als Köpfe der Baum vor dem Fenster der Kopf vor der Baum steht vor dem Fenster in einer anderen syntaktischen Funktion aber eben auch eine Präpositional Phrase mit einer Präposition als Kopf jetzt werden Sie sagen woher weiß ich denn dass das alles Präpositional Phrasen Adjektiv Phrasen Nominalfrasen sind das ich sage Ihnen erst mal nur dass es sowas gibt und wir werden das auch als Primärwissen ja nicht so sehr brauchen in der Morphologie aber jetzt haben Sie das Ganze schon mal gesehen damit Sie es noch mehr gesehen haben hier einige typische Muster denn zum Beispiel bei den Nominalfrasen können wir sehen dass je nachdem welche genaue Wortklasse der Kopf hat ob das jetzt ein Eigenname ist oder normales Substantiv dass bestimmte Positionen in der Phrase besetzbar sind oder nicht was heißt das wenn Sie sowas haben wie Tische ein einfaches Substantiv dann haben Sie möglicherweise davor einen Artikel möglicherweise ein Adjektiv dann können hier hinten Präpositional Phrasen kommen Relativ Sätze und so weiter dann haben Sie die drei Tische vor der Tafel die heute fehlen oder Otschis intelligente Kinder da haben Sie anstelle eines Artikel Worts hier ein Genitiv oder Sie haben einfach nur Orangensaft das können solche Substantive auch Orangensaft schmeckt lecker fertig was Sie aber nicht können ist sobald Sie einen eigenen Namen haben oder einen Pronomen noch irgendetwas davor stellen das heißt dann können Sie keinen Artikel und eigentlich keine Adjektive haben Lemmy von Motorhead jener dort drüben alle die einen Kaffee möchten hier rechts geht alles links nicht das entscheidet sich je nachdem welche konkrete Wortklasse der Kopf hat das ist auch das illustriert einfach auch wie wichtig der Kopf ist für den gesamten Aufbau der Phrase das heißt der Kopf bestimmt auch wie die Phrase an sich noch intern aufgebaut sein kann um Ihnen jetzt auch noch mal ein paar typische Muster von Präpositional Phrasen zu zeigen nehmen Entschuldigung setzen die einen in Präpositional Phrasen mit den drei Tischen von der Tafel die heute fehlen von Othies intelligenten Kindern ganz ohne Orangensaft und hier sehen wir vor der Präposition kann noch was stehen so ein Modifizierer was auch immer der genau für Funktionen haben kann da kann jedenfalls noch irgendwas stehen vor der Präposition ansonsten sehen Präposition immer so aus dass sie gefolgt werden von einer Nominalfrase und damit die Präpositional Phrase bilden das heißt sie sehen es gibt auch Phrasen in Phrasen und so weiter ich gebe zu das war jetzt ein bisschen schnell und ein bisschen oberflächlich das soll ihnen nur einen Eindruck geben was wir in der Syntax alles so machen was eventuell dann eine Rolle spielt auch für bestimmte morphologische Phänomene merken sie sich einfach Nominalfrasen Präpositional Phrasen und dann sind sie schon eigentlich ganz gut dabei Nächste Woche geht es um Wortklassen als die große Grundlage der Grammatik und zwar sowohl der Morphologie als auch der Syntax und ich hoffe sie lesen vorher schon mal im Buch ein bisschen rein ansonsten sehen wir uns dann zum nächsten Video vielen Dank bis dahin